ich will ja mal den anderen weg nutzen ist ja klar schutzbrülle schützt ihren träger nicht nur vor etabellenten schaden sondern auch vor vielen attacken bei denen puder eingesetzt wird ach es ist mal hier das so von uns kommen die mal einfach zu gerast so haben wir die route abgeschlossen ich wollte gerne nochmal zu diesem typen müssen wir nach hinten überhaupt wo müssen wir denn eigentlich als nächstes wirklich noch klar zieht ich glaube das ist die letzte Stadt wo wir waren ne 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 hier wollte ich Chorchester da war ja ein typ der uns trachometeor gibt und den würde ich gerne den Pfandra einsetzen der links ne der Opa da oh warte ist noch was Dose Limonade wird hier dahin geschüttet he? hey ja gut dann leide bitte auswischen ihn da bitte das ist nicht ne gute Attacke die hat ne 5 ne das ist das einzigste Nachteil daran das können schräg machen oder? oh Gott ich hab's hier so kacke es zieht ab selber von dem hat nur 85 genau geguidt und so warte mal dann können wir mal items mal gucken ich hab hier ähm sowas die war das ne? die war das ne? das war das nochmal? hat der Trailer durch eine Attacke oder eine Fähigkeit die in einem Feld erzeugt verlängert sich dessen Dauer ich hab mal den näher Schuhe brauchen wir eh so nicht oder hier das? ach nee das ist doof hier AP Plus das war das war dann Jetzt habe ich doch jetzt mehr, ne? Ich habe es nie verstanden, ne? Jetzt habe ich 6. Ist auch nicht sogar 4, aber... Dafür ist es eine gute Attacke. Ich würde es gerne auf 10 erhöhen. Mal schauen. So, jetzt, äh, aber... Was machen wir als nächstes? Das Poco-Camping könnte man machen, oder? Oh, jetzt könnte ich auch einen Livestream machen, wenn es einen gäbe, ne? Oder einen Stunden-Teil, ich weiß nicht, wie ich das machen werde. Vielleicht mache ich auch irgendwie einen Livestream und danach irgendwie, ähm... Tue ich das dann auf, äh, YouTube hochladen. Je nachdem, mal schauen. Aber würde ich gerne dann auch am Wochenende machen, oder so. Jetzt halt nicht in der Woche. Ähm... Wie machen wir das? Aber wir machen einfach weiter hier. Und... Oder hat man irgendwas offen? Hat man irgendwas offen an Missionen? Ja, stimmt. Die alte da im Wald, ne? Die wollte ja dieses Flammen-Outfit. Aber ich habe ja eigentlich da keinen Bock drauf. Ich kann es umzusteigen. Ne, komm. Dann lass mal lieber. Ähm... Ansonsten, ja. Hat es schon gezeigt, dass es das Pokémon hier gibt, Phantra. Aber erst machbar, wenn du den siebten Norden hast. Ja, danach nicht mehr. Aber hier ist doch direkt die Arena, oder nicht? Klotzetie. Oh, ich will ja nichts Ende machen. Das war es doch noch nicht, oder? Scheinbar fährt man dann hier im Zug entlang. Und dann hier entlang. Was wir noch machen könnten, ist in den... Ja, was ist das auch für diesen Livestream? Hm. Hm. Flottbälle gibt es nämlich hier zu kaufen. Sehr günstig. Aber habe ich das schon mal hier gezeigt hier? Ich kann hier mal einfliegen. Das ist ja eh so eine Nerven-Claw City. Von daher. Wo waren denn die Typen? Äh, was hat der? Äh, nee, der hat so um die Kochsachen. Was hat der? Ach ja, sowas. Hitze-Koller und so. Sehr krass Attacken. Aber wo der andere ist? Keine Ahnung. Das ist ein V-Flor. Da ist auf jeden Fall einiges an Pokémon. Ich kann hier mal ein bisschen... Da war's, da war's. Da war's, ey, 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 ey. Äh, hat man denn noch irgendwo eine Wasserroute, wo man vorbeischwungen konnte? Jan, ne? Wo war die denn denn nochmal? Ach, ich weiß, wo in der Farmerstadt ganz am Anfang, ne? Können wir auch mal, hm? Und weiter noch aus. Aus. Oh, ich bin im Stahl-Oberge krass. Können wir das fangen oder nicht? Ja, wir könnten nochmal mal. Äh, ich glaube eher nicht. Komm, scheiße. Äh, wirkungslos, 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 wirkungslos. Was machen wir wieder? Ich hätte denn den Typen gefunden, der hier die ganze Blockbälle verteilt? Mit offengezündem Preis. Aber wo irgendwer ist, keine Ahnung. Ist ja groß hier, alles. Magenliegen, die sind ja schon gut, würde ich sagen. Der Pension ist da hinten. Oh, ne? Muss ich auch mal zeigen. Das habt ihr noch nicht gesehen, ne? Das habt ihr noch nicht gesehen. Denn, seht ihr's? Der Toysland da ist die Pension. ist auch interessant praktisch hier um die ecke ist kann man je nachdem welches auch scheinen machen scheinen die hand gemacht haben scheinbar war sehr schwer einmal und das hatte ich es was das was sagt er haben wir schon steht die jahre seiten ist dass ich noch zu finden ja komm schon mit dem schöpfer schocken auf der bewegung ist bis zu den offenen manchen ich weiß ob der dann weg bleibt oder wenn die auch wir machen ja die tat und was für 500 ja dafür 15 der andere vor wenig das ist cool dass man hier alles kann ich aber nur zu nahe haben wir ein bisschen zu nah Oh, warte. Ein Urgel. Je nach Zone ist dann auch immer irgendein anderes... Also je nach Zone und auch je nach Wetterbedarf ist immer ein anderes Ruckon da. Aber wie, wann welches Ruckon da ist, keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Müsst ihr noch mit dem Nachschlagen, der Poké Vicky oder... Äh... Poké Beach, also irgendwo... Müsste irgendwo stehen. Oh, ist die Birio. Komm ich mal runter. Ne Gieho... äh, gibt's ja was. Handstoffpässe. Die war ich noch nie. So unten. Pronzong. Vitora. Oh. Vogelfristi, okay. Garadas. Oh, ne TN. Ach, ist das die, die da unten mal gestreift. Naja. Da oben ist die Zone, wo ich da war, ne. Und hier ist es... Was ich unten gesehen hab. Und das drüben. Und... Dann liegt noch ein Item. Das wird nur ein Spielchen hier, den ganzen Punkt mit zu fangen. Das, äh... Potrots. Cool. Ich will Potrots heute mal eine Entwicklung bekommen, ne? Ohne Witz. Genauso wie, äh... Subiris. Aber nein. In 100 Jahren, glaub ich, gibt's keine Entwicklung für die... Subiris ist ein richtiges geiles Pokémon, wenn es eine Entwicklung hätte, ne? Na, das ist so schade. Ich hatte jetzt... Ich hab's jetzt selber mal ein Fake... Fake gemacht, also... Gezeichen, wie er später aussehen wird. Hab ich... Mal ein Video, glaub ich, dazu gemacht. Sag ich nicht cool aus. Vielleicht wollte ich es mal angucken. Ob nicht sowas. Erstmal lieber. Ähm... Volantis. Was hat wir? Ne. Bis. Garde. Als. Ich hab's mit. Als. ... ... ... ... ... ... ... ... Das müssen jetzt bald wieder hier sein. So, da. Den hole ich mir auch noch. So. Ja, komm, ich heiße ihn drauf. Na, hab's nicht gefunden. Ah ja. Äh, da gehen wir nach Klopato. Äh, Klot City. Klopato. 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 Ah, da sind sie. Ach schon, oh nein. Hey, hey, ich bin überhaupt nicht nervig. Oh nein. Hallo, Pocabu. Gute Arbeit von dir und deinem Glugaktilion. Ihr habt dieses Dynamics-Pocon ja im Handumdrehen auf die Bretter geschickt. Tja, wir sind eben einfach schlagbar, aber es gibt Wichtiges zu besprechen, Sanja. Und das hätte man ja auch vorher sagen können, bevor er kommen sein sollte. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Gute Frage. Erst war da dieses rote Licht und dann hat sich plötzlich ein Pocon mit denen mixiert, obwohl eigentlich gar keine Energiekülle in der Nähe war. Aber wie kann das sein? Das wüsste ich selbst gerne. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt. Warum ist der Fragzeichen, obwohl wir die kennen? Und um diesen Moment zu berechnen, braut es eine Wissenschaftlerin der Extraklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich werde von Liga-Präsidenten Groß herbestellt. Er hat mir Fragen über Fragen dazu gestellt, was all das mit dem Dynamax-Phänomen zu tun haben könnte. Und ist dann bei Etosifreiches rausgekommen? Das musstest du ihn fragen. Für den Liga-Präsidenten dreht sich alles nur um die Energieversorgung Galas. Alles andere überlässt er seine Assistentin. Aber eins steht fest. Wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich dich bitten, zu der Sache weitere Nachforschungen anzustellen, Sanja. Immerhin kennst du dich von uns allen am besten mit der finstere Nacht aus. Moment, willst du damit etwas sagen? Dieses rote Licht ist in Wirklichkeit die finstere Nacht? Hm, ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können. Ihr könnt auf mich zählen. Nicht auf ihn. Danke, ich weiß euren Eifer sehr zu schätzen. Aber ich wünsche mir von euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und im Gegenzug sorge ich dafür, dass hier in Galar auch in Zukunft Frieden herrscht. Geht klar, Bruder, herzlich vertraue dir. Und beschließe ich dir, der Unschlagbare. Oma, es gibt da etwas, was ich genauer untersuchen möchte. Hilfst du mir dabei? Aber sicher doch, Sanja. Die machen das in Wespenporno. So, dann ist bis bald. Bestehe dir jetzt mal erstmal die Arena Change. Ich rechne fest daran, mit euch beim Shamed Cup zu sehen. Aber du musst doch dich auf dieses rote Licht konzentrieren. Deine Mixierung. Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission. Für mich heißt das, nächst zu besiegen. Aber du machst dich jetzt erstmal zum Klotz-Stadion. Ola, Pocavo. Woher solltest du keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen? Oh, der Drachten-Arena-Leiter. Ah, Drachten sind immer so, hm. Ei, 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 ei. Hat er schon eine Nummer, ne? Wir warten. So, dann gehen wir mal erstmal heilen. So, dann gehen wir mal. Bucke-Belle kaufen. Er ist nur Belle. So, und... Das kann man so lassen. Tränke haben wir, ja. So. Leber. Das ist eigentlich immer gut. Immer drei Stück, Mensch. Warum stellen die immer männliche Charaktere da ein? Das ist voll rassistisch. Und bei der Pokedamme immer weibliche. Warte. Kaufen, klar. Boah, 20.000. Heftige. Äh. Das ist 5.000. Und hier vier Stück hiervon. Boah. 10.000. 1.000. 2.000. Ne, warte. 1.000. 2.000. 2.000. Ach, 2.000. Karamba! So! Was? Wo wir das wissen! Kimmich gar nicht! So, was ist mit ihm? Gib hier was? Nö! 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 So, wie es weitergeht in der nächsten Folge, haut rein, bis dann! Ciao! Hallo Freunde, es geht weiter mit Pokémon Schwert und wir machen jetzt die 8. Arena, die letzte Arena, bevor wir dann nochmal alle Arena machen, glaube ich, und den Champ. Ich bin mir nicht sicher. Wird irgendwie sowas sein. Ich bin gespannt, was uns noch alles erwartet hier in dem Spiel. Wir haben noch nicht alles erledigt. Wir haben fast alles gesehen. Ähm, aber noch nicht alles. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt so 40% des Spiels abgeschlossen. Wir legen auch, der hat eine Macke. Ähm, ja. Dann, hallo. Die Arena scheinlich nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende. Du bist weit gekommen. Der Arenaleiter von Klotz, dies Drachenprofi. Woi! Bist du bereit für deine, äh, seine Arena Mission? Und ob! Dann bitte ich dich zunächst in die Unkleide in deine Uniform zu schlüpfen. Wo geht der? Jetzt mal raus. Draußen ausziehen. Diese Uniform, die du trägst, zeugt von all den Siegeln, die du schon errungen hast. Wo erkennt man das? Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. So, und jetzt begib dich bitte ins Stadion. Äh, ich meine natürlich zur Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer erwarten mich dort. Ich bin gespannt, was für die Prüfung hier entsteht. Ähm. Wobei die siebte Arena ja keine echte Arena war, ne? Es war ja so, so ein... Ein Versteck von Team Skull. Ah, hier sind wir. Weiß nicht, wie viele Schencher sind noch im Rennen. Äh, äh... Wow, nicht mal 10. Hm. Also gut, Pogabo. Ich erklär dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur drei von mir höchstpersönlich ausgewählte Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Ach, hier noch etwas ihr Welt in Doppelkämpfen gegeneinander antreten. Die Arena-Challenge hat es ganz schön in sich, findest du nicht? Daher halten auch nur sehr wenige Schencher so lange durch wie du. Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle Tricks, die du auf dem Lager hast. Aber genug geredet, der erste Arena-Trainer wird dir jetzt gegenüber treten. Na los, Raphael, traur dich. Aha, Raphael. So einer bist du also. Bin zu und... Ach der? Bin zu und zu stelle. Roy hat mich zwei Dinge gelehrt. Zum einen die Stärke von Drachen-Pokémon. Und zum anderen, dass man das Kampffeld zu Alleinvorteil nutzen muss, wenn man sich dieser Stärke zunutzen machen will. Das ist doch wohl ein Stimmbruch, wa? Kollege. Litter! Der Litter ist kein Drachen-Pokémon. Und Fiskal-Pokémon ist aber eins. Lässt ich das Pokémon, ja? Äh... Ladung... Ah, Mist, das ist doof. Fahne mir das. Äh... Oh... Wir wechseln mal. War nix sehr effektives. Wir bräuchten Eis, ne? Eis, aber... Ah, Fee! 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 Genau... Oder Drache. Drache. Test ich mal inna aus. Power Drive. Baaaaaam! FIFA Thrasher, wegen Klug Wasser. Die müssen wir falschen. Ah, gut. Das ist okay. Ähm, gleich ein bisschen Gift-Heap. Und er kann ja mal... Ja. Hast du verstanden, ja? Ja? Ein bisschen DIGA-Spieler, ne? Ja? So. Besieg, Raphael. Ich glaube, wir kämpfen... Ich glaube, wir kämpfen. Ich gehe ab, aber man träumt auf jeden Fall eine ganz Menge Krebs. Das ist aber natürlich im Stimmenbuch, ey. Genauso erwarte... Achso. Genauso erwarte ich das von einem Trainer, der sich bisher durchgeschlagen hat. Hier kommt unser zweiter Trainer, Lorraine. Das ist ein bisschen lame, oder? Achso. Ach, ich habe sogar noch die Wahl, dass ich euch heile. Naja. Ich tausche mal um, oder? Würde ich mal sagen. Ich tue schon mal. Italian ist nicht so optimal. Ähm. Ich tue schon mal Oolanga auch. Na oben, oder? Ich meine, P wäre auch sehr fiktiv gegen den Drachen. Ich hoffe, ich täusche mich dann nicht. Hey. Bei einem Doppelkampf kommt es darauf an, zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Begründen des Gegners im Kampf erfüllen. No way. Es ist wieder ein Drache, ein Drache Feuer und ein Feuer. Hm, 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 hm. Aber dann kann ich was sagen. Toll hätte ich schon ethereum, nein, italien. Ähm. Schon mal ethereum. So. Zähdeckteam. So. Zähdeckteam. Kamamama! Ob der mit dem Rücken da steht? Keine Ahnung. Das ist irgendwie seine Haltung. Hier geht's. Auf... ...Meterion. Er kann... Ah, dann ist unsere Wasserattacken schwächer, wenn man verbrannt ist. Aber ich denke mal, das reicht. Ich denke mal, das reicht. Dann kann man auch mal hier... Ah, Mist. Aber... Ach so, ja. Stimmt ist es die Attacke, die... Ist ja nicht wie... Sie ist nicht wie ab. Oh, oh, aber, aber. Aber, aber, hey, aber, hey, hopp, hey, hopp, hey. So. Ja, er wird ihn wahrscheinlich vorher beziehen. Ja. War er umsonst auch abgetaucht. Und... Sie siegt. Das Wetter ist unberechenbar. Fantastische Leistung... Also, fantastische Leistung, genau das habe ich von einem Trainer gemacht, der sich sieben Orden erkämpft hat. Und jetzt ist es Zeit für den krönenden Abschluss Nummer 3. Siebhan. Yes. Komische Name. Ich lasse ihn mal drin. Boah, nicht so heil eigentlich. Sehen wir mal, was für eine Strategie du verfolgst. Was ist die dritte, der Siebhan. Die dritte. Bis zum nächsten Mal.